Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungsreihe. Heute geht es um Multi-Signatures in der Programmiersprache Skript, auch wieder die Bitcoin-Programmiersprache, die ihr mittlerweile hoffentlich kennen solltet. Falls ihr sie nicht kennt, schaut euch bitte die vorigen Videos an, die sind hierfür essentiell notwendig. So, Multi-Signatures sind ein sehr tolles Feature, auch erst noch gar nicht so lange dabei, seit Version 0.94 glaube ich. Bin mir aber nicht ganz sicher, nagelt mich nicht drauf fest. Und ja, man muss erst mal verstehen, warum man Multi-Signatures überhaupt brauchen kann, warum diese eigentlich so cool sind. Und dazu hier ein kleines Beispiel. Nehmen wir also an, mehrere Kunden hier auf der linken Seite kaufen bei einem großen Konzern irgendwas ein. Zum Beispiel nehmen wir an Steam, ja. Und da haben wir einen großen Konzern, wobei wir haben auf der linken Seite fast nur Frauen, deswegen nehmen wir an, es ist DM. Und ja, ich weiß, das war jetzt sexistisch, aber das sei mir auch mal gestattet. Okay, und auf der rechten Seite haben wir die Vorsteher von DM. Und ja, dieses Geld häuft sich natürlich. Das heißt, irgendwann sind hier, keine Ahnung, 50, 60, 70, 100.000 Bitcoin oder sowas mittlerweile angehäuft worden. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer hat die Kontrolle über das ganze Geld? Das ist natürlich jetzt so ein kleines bisschen Problem, denn so ein Schlüssel zu verlieren, wäre wirklich sehr fatal für den Vorstand. Da steckt relativ viel dahinter und sowas kann man sich eigentlich nicht so leicht leisten. Deswegen hier die Frage, okay, wie kontrolliere ich eigentlich mein ganzes Geld? Wie kann ich dafür sorgen, dass falls einer hier sagt, okay, ich steige jetzt dann demnächst bei DM aus, ich nehme einfach diese ganze Kohle und hau ab, wie kann man sowas vermeiden? Und dafür sind Multi-Signatures echt gut. Ein anderes Feature ist natürlich auch noch Sicherheit, aber dazu kommen wir dann gleich, wenn ihr grob verstanden habt, um was es überhaupt hier gehen soll. So, also, was ist jetzt also eine Multi-Signature? Eine Multi-Signature bedeutet hier erstmal, wenn dieses Geld, ich gehe nochmal kurz eine Folie zurück, Wenn dieses Geld angekommen ist bei unseren drei Vorständen von DM, dann können die das nur gemeinsam wieder ausgeben. Das heißt, einer alleine, der kann das nicht ausgeben, er braucht mindestens zum Beispiel drei Unterschriften. Wie viele man braucht, das kann man angeben. Das heißt, in dem Fall zum Beispiel zwei von drei Unterschriften müssen gegeben sein. Und das ist ziemlich, ziemlich nützlich, denn so kann ich jetzt dafür sorgen, dass einer alleine nicht abhauen kann. Zwei können allerdings trotzdem immer noch den dritten übers Ohr hauen. Aber das wäre zum Beispiel sinnvoll, wenn einer zum Beispiel sagt, ey, ich habe Streit mit euch, lasst mich in Ruhe, ich will nichts mehr von euch hören. Dann können die anderen zwei ohne den dritten auch nur irgendwie im Boot zu haben, können sie trotzdem noch irgendwie dieses Geld wieder zurückholen. Deswegen macht man normalerweise zwei von drei oder fünf von sechs oder sowas, damit man halt nicht alle braucht. So, und wie passiert das Ganze jetzt? Das Ganze passiert erstmal, wir werden nächstes Video was anderes kennenlernen, wo das dann ein bisschen umwandelt. Aber das Ganze ist im Endeffekt ein Locking-Skript. Das heißt, damit verschließen die Kunden ihre Zahlung. Zum Beispiel kauft Alice 1 hier jetzt für eine Bitcoin irgendwelche Waren bei DM. Das sind sehr teure Waren offensichtlich gewesen, aber egal. Auf jeden Fall, eine Bitcoin geht an unsere drei Firmenchefs. Dann gibt sie nicht an, ich möchte an die Adresse von Firmenchef 1 überweisen, sondern sie gibt an, ich habe hier ein Skript, das ist mein Skript und ich möchte, dass nur wenn zwei von drei Unterschriften zu folgenden drei Public Keys da sind, dass es dann auch wieder ausgegeben wird. Das können wir uns gleich nochmal angucken. Das heißt, Alice blockiert sozusagen das Wiederausgeben ihres Geldes, das sie an sie überwiesen hat, wenn nicht mindestens zwei Unterschriften vorhanden sind. Und das heißt, wenn jetzt hier unsere drei Firmenchefs irgendwas kaufen wollen von einer anderen Alice oder, keine Ahnung, von einem Lieferanten oder sonst irgendwas, dann müssen sie halt zumindestens zweit sein und mindestens zwei Unterschriften bereitstellen, damit dieses Unlocking-Skript auch wirklich funktioniert. So, das heißt, ja, die eigentliche Multi-Signature befindet sich im Locking-Skript von den Käufern. Das ist eher so negativ, aber dazu kommen wir dann nächstes Mal noch ein bisschen detaillierter. Gut, wie sieht jetzt so eine Multi-Signature aus? Ich habe euch hier einfach mal ein simples Beispiel, hier wieder mal aus, ja, eigentlich kein praktisches Beispiel, sondern halt wieder mal, ich habe die Zahlen ersetzt oder die eigentlichen hexadezimalen Werte ersetzt durch was, was man auch noch angucken kann. Und dieses Push 0 hier, das werden wir später noch uns genauer angucken, warum das da ist. Okay, also eine Multi-Signature sieht erstmal folgendermaßen aus. Wir pushen 0 auf den Stake. Dann pushen wir die Signature 1 auf den Stake. Anschließend pushen wir die Signature 2 auf den Stake. Also das ist jetzt das Unlocking-Skript. Das wird in der Reihenfolge dann auch ausgeführt. Und ja, das ist das Unlocking-Skript. Jetzt kommt schon das Locking-Skript. Also das hier war tatsächlich alles, was man jetzt, was die drei Firmenherren oder zwei von drei Firmenherren oder Firmenleiter machen müssen, um dieses Ding wieder auszugeben, um das ganze Geld wieder ausgeben zu können. Was jetzt allerdings die Kunden angegeben haben, ist folgendes. Ich habe jetzt hier für M zwei angenommen und für N, das werden wir gleich haben, habe ich drei angenommen. Das heißt insgesamt zwei von drei Unterschriften sind nötig. So, als erstes also die zwei angeben, zwei von und jetzt kommen die, die sie angeben müssen, also Public Key 1, Public Key 2, Public Key 3, Public Key 4, 5, 6, 7, halt so viele, wie man halt braucht. So, und dann Push N, also in unserem Fall drei. Das heißt, wir brauchen jetzt von diesen drei angegebenen Public Keys, und Achtung, hier sind es keine Bitcoin-Adressen, sondern wirklich die Public Keys davon. Von diesen drei Public Keys müssen jetzt zwei Unterschriften im Unlocking-Skript vorhanden sein. So, und das letzte ist eine Check-Multi-Signature, die frisst tatsächlich den ganzen Input hier. Das heißt, die frisst erstmal die drei, die sagt ihnen, okay, jetzt kommen drei Public Keys. Das heißt, die nächsten drei Werte sind die Public Keys, die möglich sind. Dann kommen zwei Unterschriften, das heißt, es muss überprüft werden, sind diese beiden Unterschriften auch wirklich gültige Unterschriften für diese Transaktion, die dann eben kommt. Und, ähm, ja, am Ende kommt noch eine Null und das Ganze wertet aus zu True oder False. Jetzt, warum ist die Null da? Die hat ja irgendwie keinen praktischen Nutzen, übrigens, das ist wirklich immer Null, also es ist nicht irgendwie manchmal Eins, manchmal Null, das steht auch nicht für True oder für False, nein, es ist wirklich einfach immer eine Null. Die wird einfach von Check-Multi-Signature mitgefressen, denn, ja, dieses Check-Multi-Signature poppt einen Wert zu viel auf dem Stack. Das heißt, es frisst einfach einen Wert zu viel. Und wenn man die Push-Null hier nicht angibt, also es ist wirklich ein Bug, aber man kann es mittlerweile nicht mehr fixen, weil sich alle daran gewöhnt haben, an diesen Bug sozusagen. Ist witzig, aber ist tatsächlich auch wahr. Ähm, ja, und jetzt hat man halt sich gesagt, okay, statt dass ich irgendwas pushe oder dann vielleicht einen Wert verliere oder sowas, pushe ich einfach immer eine Null mit für Check-Multi-Signature und alle sind glücklich. Und am Ende evaluiert das Ganze zu True oder False und, ja, die ganze Signatursache wurde bewiesen und die drei Firmenchefs konnten ihr Geld weiter überweisen an den Lieferanten. So funktionieren ungefähr Multi-Signatures. Was heißt ungefähr, so funktionieren Multi-Signatures. Und, ja, wir haben jetzt Folgendes gesehen. Ähm, ich gehe nochmal ganz kurz zurück. Der Löwenanteil von dem Skript steckt eigentlich im Locking-Skript. Das Locking-Skript wird aber hier von allen angegeben. Das heißt, jeder Käufer muss dieses Locking-Skript in seinem Payment angeben. Und diese Locking-Skripts enthalten in unserem Fall jetzt drei Public-Keys. Wenn es aber zum Beispiel acht Public-Keys werden oder neun oder keine Ahnung wie viele, dann wird das ganz schön, ganz schön teuer. Denn für jeden Public-Key, der ist dann zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, 33 Byte oder sowas lang. Auf jeden Fall mehrere Byte lang. Für jeden dieser Public-Keys muss man was bezahlen. Nämlich circa aktuell, das ändert sich höchstwahrscheinlich, das ist die Fee. Und zwar 300 Satoshi pro Byte. Und das ist schon ganz schön teuer auf Dauer. Vor allem, wenn man das jetzt hier mehrere Male macht, dann kann es mal richtig, richtig teuer werden. Und deswegen hat man sich gedacht, Mensch, okay, da müssen wir uns noch irgendwas überlegen. Das ist noch nicht so ganz ausgereift. Und dazu gibt es die sogenannten Pay-to-Skript-Hashes, die wir uns nächstes Mal angucken wollen. Gut, das war es von meiner Seite wieder mal. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.